Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Katrin Tarkowski, ich bin Unternehmensberaterin und ich zeige Müttern, wie sie ihr eigenes Business gründen, damit das Dilemma zwischen Zeit und Geld endlich ein Ende hat. Also cool, dass du da bist. Heute oft gefragt, tausend Mal erklärt, nochmal kurz und knapp für dich, die fünf einfachen Schritte in dein eigenes Business. Also was genau brauchen wir, damit es losgehen kann? Also, halt dich fest, schneide dich an, es geht los. Erstens, wir müssen wissen, was du kannst. Wenn du nichts kannst, wirst du kein Business haben. Sorry for that. Aber wenn du was kannst, ist das eine gute Grundlage und es macht total Sinn, das zu benutzen. Okay, Punkt 2. Was willst du? Also was genau willst du erreichen? Wie soll das aussehen? Wie soll euer Familienleben aussehen in den nächsten fünf Jahren? Was genau, wie ist die Lücke gemacht in deinem Leben, wo das Business reinpassen soll? Das beobachte ich immer wieder. Die meisten sind super schlampig, wenn es darum geht, diese Frage zu beantworten. Was es fast unmöglich macht, ein Business deiner Träume zu bauen, weil wenn du nicht weißt, was du träumst, was wollen wir bauen? Also was willst du? Drei, könnt ihr euch gerne, ich schreibe euch das in die Kommentare, also in die Caption. Dann könnt ihr die rauskopieren und mal darüber nachdenken und ein bisschen nachsinieren. Okay, weil wenn ihr das habt, dann seid ihr wirklich gewappnet. Punkt 3 an dieser Stelle ist, für wen bist du nützlich? Also wem genau kannst du denn tatsächlich dienen mit deinen Fähigkeiten, mit dem, was du kannst? Wir müssen wissen, für wen das hilfreich ist. Die meisten können das sehr gut beantworten und scheuen sich so ein bisschen davor, dass es so leicht sein soll. Okay, das ist irgendwie eine Herausforderung und immer wieder spannend zu sehen. Und trotzdem geht es darum, dass du nützlich sein musst. Okay, das ist, wenn es nicht nützlich ist, welche Fähigkeiten du nach vorne stellen möchtest, wird es sehr, sehr schwierig. Also nicht falsch verstehen. Es geht nur darum, den Nutzen zu identifizieren. Auch ein schöner Lifestyle ist ein Nutzen für die betreffenden Personen. Okay, auch Design, Ästhetik und so weiter. Ich meine damit nicht unbedingt amelhochnützlich im Sinne von, wir haben alle was zu essen, sondern auch tatsächlich nützlich im Sinne von für Körper, Geist und Seele. Okay, aber ihr müsst das einmal durchdeklinieren für euch. Für wen genau bist du nützlich? Okay, Frage 3. Frage 4 ist natürlich spannend, weil es gerade unsere Mütter mit Kind und Kegel so trifft. Wie könnt ihr gut zusammenarbeiten? Was genau ist die Lücke in deinem Leben und was sind auch die Lücken in dem Leben deiner potenziellen Kunden? Also wie ist es realistisch, dass ihr gut zusammenarbeiten könnt? Die meisten meinen, also wenn du mit Müttern arbeitest, kann ich dir sagen, es macht total Sinn, irgendwie zeitversetzt arbeiten zu können. Wir nennen das Asynchron. Das bedeutet, jeder kann arbeiten zu der Zeit, an der er am Start ist. Jeder kann dann arbeiten. Und dann trifft man sich regelmäßig, um einen wie so ein Check-in zu machen und einen Abgleich, wie die Prozesse laufen. Aber die meisten Mütter haben Probleme, so oder so Termine einzuhalten oder Termine regelmäßig zu realisieren. Das müsste dir einfach klar sein. Genauso ist es ein Unterschied, also nur um bei diesem Faktor Zeit zu bleiben, wenn du mit Menschen arbeitest, die im Berufsleben stehen. Also Menschen, die feste Jobs haben zum Beispiel, sind in der Regel vor 19 Uhr nicht besonders gut zu erreichen. Du brauchst kein Fulfillment anbieten um 12. Wenn Menschen sich dafür Zeit nehmen müssen, ähnlich wie für einen Arzttermin, dann ist das halt in der wöchentlichen Taktung sehr, sehr überschaubar. Und dass das möglich wird einfach. Okay, und das muss halt einfach klar sein. Also wie könnt ihr wirklich gut zusammenarbeiten? Das ist ein wichtiger Punkt. Man kann super viele Sachen abdecken mit Blended Learning, also mit vorgearbeiteten Themen, mit aufgezeichneten Videolektionen, mit PDFs, mit irgendwelchen Workbooks und so weiter. Einfach darüber mal nachdenken, wie genau kann das sein, damit auch vielleicht ein bisschen der Leistungsdruck von dir ganz persönlich einfach abgeht. Und du dann sagen kannst, okay, das ist ein schönes, rundes Erlebnis. Ich bin für dich da. Ich leiste Support und so weiter. Aber ich muss dir nicht mehr alles höchstpersönlich erklären, weil das ist schlichtweg nicht notwendig. Das ist ein wichtiger Punkt. Punkt 5 und damit auch der letzte Punkt ist, welchen Wert genau könnt ihr gemeinsam erreichen? Ich finde, das wird ein bisschen ausführlicher. Welchen Wert genau könnt ihr erreichen? Zielt vor allem darauf ab, dass wir natürlich am Markt dafür bezahlt werden, welche Wertheitigkeit wir realisieren können. Das bedeutet, du schaffst keine Stunde, sondern du schaffst einen Mehrwert für deinen Kunden. Und die Frage ist, wie groß ist der? Das bedeutet, im besten Falle ist der Wert, den du schaffst für den Klienten, unbezahlbar. Warum? Wenn ich dir erzähle, wie du deinen Partner fürs Leben findest und nie wieder einsam bist, dann ist das für denjenigen, der betroffen ist, unbezahlbar. An den Wert koppeln wir den Preis. Wir koppeln den Preis nicht an die Stunde. Wir koppeln den Preis nicht an dein Leben und wir koppeln den Preis nicht an deine Persönlichkeit. Auch das macht keinen Sinn. Der Kunde bezahlt für Resultate, für das, was er am Ende in seinem Leben realisiert hat. Der Kunde zahlt nicht dafür, was du realisiert hast. Okay? Das macht keinen Sinn. Das ist was, was ich ganz, ganz viel online beobachte. Finde ich super schwierig, super weird. Es gibt Menschen, die das machen. Das sind alles Käufe, die laufen mehr unter dem Thema Fanbase. Was okay ist, aber dann sei dir halt im Klaren, dass du keinen Online-Kurs gekauft hast, sondern mehr so eine Art Merchandise-Produkt. Und das ist auch okay, aber dann nicht enttäuscht sein am Ende, wenn das, was du gekauft hast, nicht in deinem Leben stattfindet. Das ist ein wichtiger Punkt, auseinanderzuhalten. Wir brauchen einen Wert, den du stiftest. Okay? Einen Mehrwert, wenn wir das nicht haben. Super schwierig. So, das ist der Punkt. Fünf einfache Schritte. Und wir sind noch nicht bei Zielgruppe. Wir sind nur dahingehend, was du mitbringst und was wir für Vorüberlegungen brauchen, damit du dein Business sofort starten kannst. Wichtig, deine eigene Idee. Ich meine damit kein Multilevel-Marketing, ich meine damit keine lustigen Nahrungsergänzungsmittel oder Ähnliches. Ich meine damit deine eigene Business-Idee. Was genau ist das, was du gerne persönlich in diese Welt geben möchtest? Das kann eine Dienstleistung sein, das kann ein haptisches Produkt sein, das ist erstmal völlig gleich. Aber wir brauchen diese fünf Schritte, die wir wirklich en detail beantworten. Wenn du Hilfe dazu brauchst, dann komm gerne Moms Business Club. Wir fangen mit neun Euro im Monat an, wo wir dir helfen, deinen ersten Kunden zu finden, damit du Vertrauen in dich und deine Business-Idee bekommst. Wir machen das Schritt für Schritt gemeinsam, sodass du Feedback bekommst und eben auch weißt, okay, jetzt geht's los. Das erste Geld ist verdient und so weiter. Das ist super cool. Ich packe dir den Link hier unten rein, gucke dir das gerne an. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Abo da. Ich freue mich sehr, wenn du bleibst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.